Hallo und willkommen zurück zu den New Super Mario Brothers Wir haben noch zwei Welten vor uns und Die sind ganz schön frustig, diese Sternenwelten Insbesondere die Steuerungsaussetzer Gut, mal sehen was die nächsten beiden sind Ah, Feuerblumen und Eis Juhu Oh 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 Oh, was Eis Oh 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 Hm. Oh man, das ist ja richtig fies. So, die letzten Welten sind nicht einfacher. Im Gegenteil. Also diese zumindest nicht. Besonders nicht, weil er zu rutschig ist. Mit dem Pinguin geht das gerutscht einigermaßen. Ich hab mich verschätzt, der hat einmal mehr gefeuert. Das kadst! Auf geht es! Ich bin ein bisschen steckend. Aber dann ist es nicht so schön. Jetzt ist es noch ein bisschen ein bisschen. Aber das macht es nicht so schön. Der ist nicht so schön. Soll es nicht so schön. Das kommt vor dem Schrauben. Das ist nicht so schön. Der will sich nicht mal zu melden. Also, ich bin mal der Schrauben. Und dann habe ich ihn. Okay, also das wird richtig fies. Das wird richtig frustriert. Wir waren eigentlich schon fast am Ziel. Okay, also das wird richtig fies. Es scheint was zu schaffen, wenn man die ganze Zeit da nur wusschlitternd ist. Man kommt ja überhaupt keinen Zentimeter vorwärts in dem Moment. Ich hasse Eisen-Videospiele. Ich wollte gerade eigentlich mal auf die Uhrzeit gucken, aber irgendwie sieht man die für das Ding. Na, weiter gehts. Okay. 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 Mann. Oh, ist das ätzend. Gut. Hm. Okay. Wir machen's anders. Hm. Falsche Taste. So. Boah. Die Welt geht mir nämlich ganz schön auf den Zeiger gerade. So. 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 Spenden. So. So. honor. Was soll das? Mann, kacksteuer Das gibt's doch nicht Diese Welt ist sowas von unfair Die ist so unfair designt, die Welt Mann, dummes Eis Hä? Ich bin doch gar nicht mehr berührt Das gibt's doch eigentlich Nichts Dieses Kack rumgerutschte die ganze Zeit Vor allem, der rutscht ja jedes Mal wieder zurück Warum müssen wir noch solche nervigen Eiswälten am Ende machen? Mann, nur spring endlich, du Vollhonk Mann Oh, spring! Oh, verzeihung, dass ich gerade ein bisschen grantig werde Aber es gibt nichts, was ich mehr hasse als aussetzende Steuerung Nein, der ganze Weg ist schon wieder hin Na, klasse Das ist doch gar nicht mehr zu schaffen Kannst aber auch übertreiben Oh, die Welt ist unfair Also die ist einfach wirklich nur unfair Nichts anderes Das ist jetzt noch nicht mal irgendwie ein Es ist besonders schwer Es ist einfach unfair Nichts anderes Nicht mehr und nicht weniger Nichts anderes nein warum man jetzt hat die scheiß renntaste schon wieder die funktioniert man wenn das so weitergeht mach ich jetzt so viel das fett aushält indem ich es auf dem tisch zerdepfe mach ich normalerweise eigentlich nicht damit irgendwelche gerätschaften sich zerstöre aber das ding ist sowieso total im eimer ich muss mir auf jeden fall ein neues fett mal kaufen jetzt mal dieselbe pflanze der springt schon wieder nicht richtig spring das ist unfair das ist einfach nur unfair ach scheiße ja und der springt wieder nicht richtig sehr schön jetzt ist er gesprungen und ich wollte sorry meine hand will nicht mehr ich versuche direkt weiter zu machen aber hat leider überhaupt kein gefühl mehr in der hand das ist nicht gut ich weiß auch leider nicht wie lange dieses problem nur anhalten wird bevor ich wieder normal vernünftig aufnehmen kann ich hoffe das hat nicht so lange dauert aber ich fürchte mindestens noch einen monat oder soll das dauern ja so ist aber jetzt ein verwendungsstreck für den stern in dieser welt wieso hat der jetzt dreimal feuer denn machst du sonst die ganze zeit nur zwei nicht so auffeuern Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020